Es gibt verschiedene Therapiemöglichkeiten des malignen Melanoms. Sie müssen grundsätzlich unterscheiden, ob das ein lokalisiertes Stadium ist oder ein metastasiertes Stadium. Im lokalisierten Stadium versucht man sicherlich das Melanom chirurgisch zu entfernen. Ist das Melanom systemisch geworden, das heißt, es hat Metastasen gegeben, gibt es vier verschiedene Möglichkeiten. Man kann entweder versuchen, auch wenige Metastasen chirurgisch zu entfernen und sind sehr viele Metastasen, so versuchen wir das Ganze systemisch zu behandeln, entweder über Chemotherapie, über Immuntherapie oder über neue ziehgerichtete Therapie, die an ganz bestimmten Signalwegen ansetzen. Die Immuntherapie und die Chemotherapie haben sehr unterschiedliche Mechanismen. Die Chemotherapie vise à attaquer directement la cellule cancéreuse, la cellule malade, en allant attaquer l'ADN ou différentes parties de la cellule, alors que l'immuntherapie essaie de renforcer le système immunitaire qui lui va ensuite attaquer les cellules tumorales. Donc l'immuntherapie a cet avantage d'être plus spécifique que la chimiothérapie car les cellules du système immunitaire ont la capacité d'être sélective et de n'attaquer que les cellules tumorales et non les cellules saines. Die Heilungschancen sind gut, bis sehr gut, wenn alles Gewebe, alles bösartige Gewebe operativ entfernt werden kann, insbesondere wenn es nur in der Haut vorliegt. Schwierig wird es wenn Lymphknotenmetastasen auftreten und ganz ungünstig sind die Heilungschancen, wenn Fernmetastasen in inneren Organen vorliegen. En 2010, il y a eu deux grandes révolutions dans le mélanome, la première par l'immunothérapie. Un anticorps bloquant le récepteur CTLA-4 des lymphocytes a montré un bénéfice de survie important dans le mélanome. C'est la première fois qu'une étude montre un tel gain dans cette maladie. Et l'autre avancée majeure a été la découverte d'inhibiteurs des voies signalisations qui sont mutées dans le mélanome, en particulier de la voie BRAF. Et certains inhibiteurs du BRAF ont montré des taux de réponse de plus de 80% dans les phases cliniques. On attend les résultats des phases 3, mais en principe, ces molécules vont aussi être extrêmement intéressantes dans la prise en charge du mélanome métastatique. De beiden neuen Therapiearten mit Kinase-Inhibitoren und Immuntherapie mit Antikörpern haben völlig unterschiedliche Nebenwirkungsprofile. Die Kinase-Inhibitoren verursachen vor allem Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Hautausschläge, Durchfall und Übelkeit. Die immuntherapeutischen Ansätze beinhalten Hautausschläge, Entzündungen an Drüsen in inneren Organen, Entzündungen der Magendarmschleimhaut. Das macht sich mit Durchfall bemerkbar. Natürlich ist es so, dass diese neuen Substanzen auch Grenzen haben und die Grenzen liegen vor allem darin, dass sich auch Tumorzellen resistent werden können und sich so letztendlich diesem Medikament entziehen können. Das heißt, es kann sein, dass dieses Medikament über eine gewisse Zeit wirkt, dass der Tumor sich aber dann verändert in der Zusammensetzung und dieses Medikament letztendlich nicht mehr wirkt. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir jetzt nicht aufhören zu arbeiten, sondern dass wir im Gegenteil, dass wir mehr arbeiten und dass wir versuchen, diese Tumor zu verstehen, wenn sie dann letztendlich diesem Medikament entkommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.